Also das ist von allen drei Sorten die schwächste und die mich am wenigsten vom Geschmack überzeugt. Moin Freunde und willkommen auf fresher Seite und dem Kanal für Gaming Booster Reviews. Heute mit einem Prime Hydration Video auf diesem Kanal. Ich möchte heute drei weitere Sorten von Prime testen. Eine davon ist, soweit ich weiß, neuer in Deutschland. Ich hoffe, ich bin richtig informiert. Wenn nicht, dann korrigiert mich gerne. Ich würde euch natürlich erst mal zeigen, um welche drei Sorten es heute gehen wird, damit ihr Bescheid wisst, auf welche drei Sorten ihr euch heute freuen könnt oder nicht freuen könnt. Fangen wir mal mit der ersten Sorte an. Da haben wir Strawberry Watermelon. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Erdbeere Wassermelone ist auf jeden Fall eine interessante Mischung. Also auf den bin ich wirklich sehr gespannt. Dann haben wir als zweite Sorte einmal die Lemonade Flavor Edition. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und zu guter Letzt haben wir die Cherry Freeze. Und das ist, glaube ich, die Sorte, die neuer in Deutschland sein soll. Also soll sein. Ob es so ist, weiß ich jetzt nicht genau. Die hat auch eine Besonderheit, die Edition. Dazu kommen wir aber, wenn wir die testen, die kommt tatsächlich auch zum Schluss, die Sorte. Ganz wichtig bei Prime Hydration auf jeden Fall erst mal zu sagen, das Ganze besteht aus Kokoswasser. Finde ich auf jeden Fall schon mal wichtig zu sagen, weil nicht jeder mag zum Beispiel Kokoswasser. Ich mag es eigentlich schon. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Das Ganze ist so gut wie zuckerfrei. Ich habe mal geguckt, bei der einen Sorte sind ein Gramm drin und bei den anderen beiden sind zwei Gramm drin. Ist jetzt nicht wirklich viel. Und man muss natürlich immer darauf achten, dass man nicht zu viele davon trinkt, weil hier natürlich auch Vitamine noch mit drin sind. Da darf man sich natürlich auch nicht überdosieren. Also wir haben hier Vitamin E6, Vitamin B12, Vitamin E und Magnesium mit drin. Also wie gesagt, immer darauf achten, dass man, falls man noch Tabletten oder sonst was nimmt, sich nicht überdosiert, weil das kann natürlich auch manchmal nicht unbedingt von Vorteil sein. Also man hat dann bei einigen Vitaminen zum Beispiel dann auch irgendwie nicht so schöne Nebenwirkungen. Ihr werdet davon jetzt zwar nicht sterben, ein Glück, aber ja, das Thema dehnen wir am besten jetzt einfach gar nicht aus. Heute nach dem Motto, stay hydrated with Prime Hydration. Und ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass solche Sachen aus Amerika hier nach Deutschland kommen. Es wird ja auch immer mehr an Auswahl, sage ich mal. Und bei einigen Sachen kann man auch wirklich dann sagen, mittlerweile zu einem moderaten Preis. Ich hatte zum Beispiel bei den Eispop damals Preise von 8, 9 Euro gesehen. Das ist mir persönlich einfach viel zu viel für so ein kleines Getränk, würde ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Außer es ist wirklich der absolute Oberhammer und ich muss es unbedingt, sonst geht gar nichts mehr, sage ich mal, bezahlen, um es dann zu testen. Aber so generell würde ich dafür halt nicht so viel ausgeben. So kosten die mittlerweile 2 Euro, gibt es auch fast überall mittlerweile. Kaufland, Edeka, bei Rewe habe ich sie gesehen. Und eigentlich überall halt immer für 1,99 Euro. Kommt natürlich immer darauf an, ob euer Markt die bestellt hat oder nicht. Wir fangen mit der ersten Sorte an. Strawberry Watermelon hat auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Looks beautiful, so ein richtig schönes helles Rosa. Also mir gefällt die Farbe. Jetzt muss es nur noch schmecken. Also schmeckt auf jeden Fall wieder sehr intensiv und hat auch so einen leicht künstlichen Geschmack. Man schmeckt hier auf jeden Fall sehr stark die Erdbeere raus. Die Wassermelone nimmt man auch so ganz leicht wahr, aber ich finde die Erdbeere dominiert hier auf jeden Fall. Trotz allem, dass es so süß ist und so ein bisschen in diese künstliche Richtung geht, muss ich sagen, schmeckt die Sorte hier jetzt nicht schlecht. Also man kann die eigentlich ganz gut trinken. Also jeden Tag könnte ich das natürlich nicht trinken, weil dafür ist es dann einfach geschmacklich wirklich einfach too much. Muss man auch mögen. Also wirklich bei Prime muss man sich immer bewusst sein, dass das vom Geschmack her wirklich sehr, sehr intensiv ist. Man muss wirklich Bock drauf haben und auf sowas stehen. Sonst ist das absolut nichts für einen. Also berücksichtigt das auf jeden Fall mal, falls ihr Prime testen wollt. Ist wirklich nicht was für jeden, aber es ist eigentlich mit allem so, wo es um Geschmack geht. Aber ich muss sagen, trotz allem finde ich die Sorte hier geschmacklich jetzt nicht grottenschlecht oder so. Also man kann es trinken, aber halt wirklich nur ab und zu. Ja, also der Geschmack ist wirklich echt sehr kräftig und sehr süß die Sorte. Was ich aber auf jeden Fall schon mal positiv finde, man schmeckt nicht raus, dass ihr Süßstoff verwendet wollt. Das ist mir ja immer sehr wichtig. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man diesen Süßstoffgeschmack immer so im Mund hat und der immer kräftiger wird. Also ja, was gibt es abschließend zu Strawberry, Watermelon zu sagen? Ich muss sagen, die Sorte kann man auf jeden Fall trinken. Ich finde sie jetzt nicht irgendwie daneben oder so. Könnte ich mir wirklich ganz selten mal vorstellen zu kaufen, wenn ich irgendwie mal Lust drauf habe oder so. Ist jetzt keine Sorte, wo ich sage, nee, würde ich kein zweites Mal trinken. Also für die Strawberry, Watermelon würde ich eine 6,5 vom Geschmack her geben. Man kann es auf jeden Fall trinken, aber ja, ist halt eine Sorte, die auf jeden Fall sehr reinknallt. Dann machen wir weiter mit der Lemonade Flavor Edition. Da bin ich jetzt wirklich echt gespannt drauf. Hat auch schon so eine zitrönliche Farbe. Klingt irgendwie dumm, zitrönliche Farbe. Aber es sieht halt aus wie eine Zitrone, so wie man halt Zitronensorten kennt. Die sehen halt meist so aus wie die hier. Hat auch schon so einen Zitronengeruch, sag ich mal. Also es riecht schon so leicht zitrusmäßig, ob es jetzt wirklich so schmeckt oder nicht. Mal schauen. Okay, die ist gar nicht so schlecht. Also die hat einen sehr angenehmen Geschmack. Und was ich hier an der Sorte gerade sehr faszinierend finde, ist, dass es so eine Mischung aus süß und sauer ist. Jetzt nicht so richtig sauer. Aber es hat so einen leicht säuerlichen Kick noch mit drin, so ganz dezent. Ist so eine schöne Mischung aus süß und leicht säuerlich. Die ist jetzt vom Geschmack her zwar auch kräftig, aber gar nicht so extrem intensiv, wie ich es eigentlich vom Prime gewohnt bin. Also das ist wirklich eine Sorte, die schmeckt mir gut. Also das ist bisher die beste Sorte. Ich habe ja nur zwei probiert, aber gefällt mir wirklich gut. Schön angenehm der Geschmack. Ich mag auch dieses Spiel mit der Süße und mit der Säure. Und ich finde so dieser Zitronengeschmack geht so Richtung Zitronenbonbon oder so ganz leicht Richtung Zitroneneis. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und was ich halt mag ist, dass sie nicht nur Richtung süß geht, sondern auch so was ganz leicht säuerliches noch mit drin hat. Ist auf jeden Fall wirklich sehr erfrischend. Und die Sorte gefällt mir wirklich gut. Für die würde ich hier eine 8 geben. Weil das wirklich eine Edition ist, die man vom Geschmack her wirklich echt gut trinken kann. Also trotz allem, dass es so kräftig ist, finde ich es bei der Sorte hier wirklich angenehm. Also es hinterlässt auch einen angenehmen Nachgeschmack im Mund. Und ja, also die Sorte hier überzeugt mich. Jetzt kommen wir zu einer Sorte, wo ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtig bin. Ich weiß nicht, also Sherry Freeze klingt im ersten Moment auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich habe schon so eine leichte Vorahnung bei der Sorte hier. Ja, kommen wir mal zu der. Also eigentlich soll die Sorte hier eine Besonderheit haben. Und zwar soll die eigentlich oben blau sein. Aber irgendwie, ich sehe hier jetzt nichts. Also bei mir ist es einfach nur weiß. Sieht halt so ein bisschen aus wie dieses Eispop von der Farbe. Ich glaube, das war auch so. Hatte die gleiche Farbe. Und ja, schauen wir mal. Es riecht auf jeden Fall schon nach Kirsche. Aber ja, es riecht halt sehr, sehr künstlich mal wieder. Schauen wir mal. Ja, ich habe es befürchtet. Also es hat so einen leichten Geschmack von Kirsche. Aber das geht eher so Richtung einer Sauerkirsche. Hat so einen leichten Nachgeschmack irgendwie. Den finde ich persönlich jetzt nicht so lecker. Schmeckt auch wieder sehr, sehr künstlich die Sorte. Ich muss sagen, bei der mag ich das allerdings jetzt nicht so extrem. Obwohl ich ja Kirsche eigentlich als Getränk immer sehr, sehr nice finde. Also das ist von allen drei Sorten die schwächste. Und die mich am wenigsten vom Geschmack überzeugt. Ja, also es hat so einen Geschmack von Sauerkirsche, wie ich schon gesagt habe. Ist auch wieder sehr kräftig im Geschmack. Und auch relativ süßlich. Hier ist jetzt nicht irgendwie noch was mit Säure oder sonst was mit drin. Aber irgendwie haut mich der Kirschgeschmack jetzt nicht um. Das hat so einen leichten Nachgeschmack noch von irgendwas, worauf ich jetzt nicht komme. Sagt mir persönlich aber nicht so zu. Also wie gesagt, für mich ist das hier die schwächste Sorte von Prime, die ich bisher probiert habe. Die beste, muss ich sagen, war tatsächlich Lemonade. Weil die mich vom Geschmack her auf jeden Fall überzeugt hat. Alle drei Sorten auf jeden Fall positiv, dass das nicht nach Süßstoff schmeckt. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Wenn ihr diese amerikanische Süße und so weiter nicht so feiert, dann lasst es am besten sein, Prime zu probieren. Aber wenn euch das nicht stört, dann probiert die Sorten gerne mal aus. Macht euch selbst davon ein Bild. Wie gesagt, die Cherry Freeze überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Also hier ist mir das so, sagt mir irgendwie nicht so zu. Das ist mir zu, ja weiß ich nicht, irgendwie zu viel einfach. Es schmeckt so leicht nach Kirsche, aber irgendwie dieser Nachgeschmack da noch mit drin. Und dann noch diese extreme Süße da mit drin. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also mich überzeugt die Cherry Freeze mal wieder nicht. Ist auf jeden Fall interessant, weil auch die hier sieht natürlich wieder so auffällig aus. Mit diesen Farbwechsel und so weiter. Und bei der Ice Pop hatten wir das ja auch schon auch so einen Farbwechsel. Auch die gleiche weiße Farbe hat mich auch nicht so überzeugt. Also vielleicht sollte ich in Zukunft bei diesen weißen Sorten von Prime, ja, einfach sagen nein. Aber ich bin halt immer zu neugierig und testen schadet ja nicht. Ja. Was gibt es abschließend zu sagen? Cherry Freeze würde ich eine 4 geben. Strawberry Watermelon eine 6,5. Für die Lemonade eine 8. Auf jeden Fall die Lemonade Edition hat mich am meisten überzeugt vom Geschmack. Gefällt mir wirklich gut. Kann man auf jeden Fall gut trinken. Die anderen beiden Sorten, ja, Cherry Freeze würde ich mir kein zweites Mal holen. Die Strawberry Watermelon könnte ich mir tatsächlich auch nochmal vorstellen zu trinken. Ja, also 2 von 3 Sorten. Auf jeden Fall jetzt nicht schlecht. Cherry Freeze, mehr als die 4 würde ich für die Sorte hier nicht geben. Weil das geschmacklich mir persönlich einfach nicht so zusagt. Ist jetzt nicht so, dass sie gar nicht schmeckt, aber zweites Mal bräuchte ich die Sorte nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eure Unterstützung freuen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Prime Hydration in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was so eure Gedanken zu Prime Hydration sind. Schmeckt es euch? Ist es euch too much? Oder interessiert euch dieses Thema gar nicht? Lasst es mich gerne mal wissen. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben gebt. Gerne meinen Kanal abonnieren, dann kann ich weiter wachsen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann seid ihr immer up to date. Wenn auf diesem wunderbaren Kanal ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin raus. Peace.